Gegen Juden, gegen Muslime, gegen Christen, gegen Demokraten, gegen Polizei, gegen Justiz. Ich habe in jungen Jahren gegen alle möglichen Menschen gehetzt. Im letzten Video haben wir gesehen, was Vorurteile und Diskriminierung bei Betroffenen auslösen können. Es gibt aber auch die andere Seite, nämlich die Leute, die ganz bewusst diskriminieren. Wie wirken sich Hass, Intoleranz und Gewalt auf diejenigen aus, die gefährliche und menschenfeindliche Einstellungen vertreten und verbreiten. Wir sprechen jetzt über Einsicht, Umkehr und Vergebung. Mein Name ist Philipp Schlaffer, ich bin 43 Jahre alt und war über 15 Jahre lang Neonazi. Meine Radikalisierung wurde ganz klar befeuert durch unterschiedliche Medien. Das Internet kam auf. Es ging als erstes über die Musik und dann natürlich auch über das Internet. Man konnte sich treffen, ich habe ganz viel Input bekommen. Weltweit konnte ich mich austauschen mit Leuten aus dieser sogenannten White-Power-Szene. Ich bin dann in so eine Art Bubble reingekommen auch. Also das war in meiner Radikalisierung ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und es fühlte sich natürlich super an, auf andere herabzuschauen, weil ich konnte mich dadurch selber größer machen. Was passiert, wenn man einen anderen Menschen diskriminiert oder abwertet? Im ersten Moment steckt man den eigenen Selbstwert. Denn wertet man einen anderen Menschen ab, wertet man sich selbst automatisch auf. Also wenn ich mich zum Beispiel richtig schlecht fühle, weil ich mit allen anderen ein Fußballspiel verloren habe, dann passieren eben auch, wie wir das jetzt bei der EM gesehen haben, ja auch sehr unappetitliche Tritte nach unten. Zum Beispiel, weil sie den Elfmeter verschießen. Aber der Unterschied war ja hier, dass es schwarze Spieler waren. Wenn es ein Schwarzer macht, dann wird das eben doppelt schwer beurteilt, doppelt schwerwiegend beurteilt. Und das ist das Problem. Und das finden wir auch in anderen Bereichen. Wenn wir zum Beispiel eine weibliche Chefin haben, dann funktioniert das erstmal in unserer modernen Gesellschaft. Macht sie aber einen Fehler, dann wird sie wieder Stereotype handelt und diskriminiert. Also dann kommen diese ganzen alten Vorurteile und Stereotype wieder hoch. Es wird natürlich nur schwierig, wenn wir uns aufgrund unserer Vorurteile leiten lassen. Und wir sagen, okay, weil ich das und das denke, lasse ich mich nicht mehr von anderen Tatsachen oder Wahrheiten überzeugen. Aber woher kommen denn diese Unwahrheiten und diese Mythen über Menschen und Gruppen, die wir vielleicht gar nicht richtig kennen? Es wurde ja häufig auch behauptet, dass Vorurteile genetisch entstanden sind oder erklärbar sind. Aber wir wissen inzwischen, dass das nicht so ist, sondern dass sie im gesellschaftlichen Kontext, in unserem Alltag entstehen. Die entstehen während der Sozialisation, während der Erziehung, dass wir aus den Medien aufgreifen, das, was wir im Elternhaus rausgreifen, das, was wir erfahren haben im Leben. Ob wir jetzt schlechte Begegnungen gemacht haben, zum Beispiel mit Menschen aus anderen Nationen. Das alles führt dazu, dass sich Assoziationen im Gedächtnis etablieren, die hinterher eben auch ihre Wirkung haben. Ich habe schon mal mit einer anderen Handwerkerin gesprochen. Die hat eine Ausbildung begonnen in einem Malerbetrieb und die wurde da echt ziemlich rausgemobbt. Hier, die Frauen sind noch zuständig fürs Putzen und Aufräumen und so. Und dann waren die richtig unverschämt und wollten, dass sie die Toiletten im Betrieb putzt. Und dann hat sie gekündigt und arbeitet jetzt in einem Autohaus an der Rezeption. Und das kotzt mich richtig an. Das darf es auch, denn es ist auch zum Kotzen. Das Problem ist, sobald Vorurteile unser Denken und Handeln bestimmen, agieren wir nicht mehr reflektiert. Wir sind dann wie fremdbestimmt und ab da wird es gefährlich. Also meine Diskriminierung sah aus, dass ich diesen Menschen natürlich grundsätzlich keine Chance gegeben habe, auch in den Kontakt zu kommen. Ich hätte mit ihnen nichts zusammengearbeitet. Ich hätte ihnen beispielsweise keine Wohnung vermietet und habe dann dementsprechend die Menschengruppen, die ich vorher angesprochen habe, dann nicht nur verbal attackiert, sondern auch physisch später. Und ganz schlimm war natürlich auch, die eigene Empathie stirbt. Und wenn die Empathie stirbt, stirbt auch die Mitmenschlichkeit. Und das macht die Betroffenen auf Dauer krank. Hier zeigt die Studie der IKK-Klassik, dass diese Menschen fast dreimal so oft körperlich und seelisch erkranken. Dazu gehören zum Beispiel Schlafstörungen oder auch Depressionen. Als erstes ist bei mir passiert, dass ich psychosomatische Folgen hatte. Mein Körper hat angefangen zu rebellieren nach 20 Jahren. Ich habe Migräne bekommen, ich habe Schlafstörungen bekommen. Und das war der erste Impuls, wo ich gesehen habe, okay, ich muss irgendwie an meinem Leben was verändern. Von einem Target auf den anderen bin ich von diesem gefürchteten Rockerboss geworden zu dem Schlafstörungen habenden, Kopfschmerzen habenden Verräter. Und dann wurde ich nochmal inhaftiert für drei Jahre. Und diese Zeit, diese zweite Haftzeit, habe ich dann auch für mich angesehen wie eine Art buddhistischen Retreat, um meine Veränderungen voranzutreiben. Und habe mir dann im Gefängnis auch professionelle Hilfe gesucht. Von der Einsicht bis zur Umkehr, das kann oft ein langer und taffer Weg sein. Aber für Philipp hat es sich zum Glück komplett ausgezahlt. Denn Hass und Hetze machen niemanden happy. Und wer permanent nach unten tritt, hat nicht nur ein richtig bescheidenes Karma-Punkte-Konto, sondern ist auch weit davon entfernt, mit sich selbst im Reinen zu sein. Und wenn man dann noch ständig von Gewalt umgeben ist, dann macht das natürlich was mit einem. Ich habe sehr viel Gewalt gegeben, aber auch sehr viel Gewalt selber bekommen. Deswegen ist die Angst auch in mir gestorben. Ich hatte Angst aber vor der Veränderung. Wer gibt mir wieder eine Chance? Wer nimmt mich zurück? Wer akzeptiert das, wenn ich sage, ich möchte eine Veränderung durchmachen? Wenn man dann auch beispielsweise in eine liebevolle Beziehung gehen möchte, kann man nicht tagsüber ein krasser Gewalttäter sein und abends auf der Couch liegen und dann gemeinsam kuscheln und davon abschalten. Und das war schon eine sehr, sehr krasse Folge davon, dass die Empathie gestorben ist. Und die zurückzuarbeiten, das war auch ein langer, schwieriger Prozess. Hate Speech, Fake News und Filter-Bubbles nehmen immer mehr zu. Was dagegen hilft? Kritisches Denken, seriöse Informationsquellen und eine menschenfreundliche Sprache. Lasst uns gemeinsam gegen Vorurteile und für eine schönere Welt kämpfen. Online wie offline. Ja, also natürlich habe ich noch Vorurteile in mir oder ich hänge an gewissen Klischees, Stereotypen, aber ich versuche die Menschen nicht zu diskriminieren und packe nicht alle in eine Schublade aufgrund ihrer Optik, aufgrund der Religionen oder ähnlichen Dingen. Also da versuche ich auch immer wieder da an mir zu arbeiten und zu sagen, Philipp, wenn ich mich dabei erwische und ich habe manchmal diese Gedanken, alles andere wäre gelogen, dann überprüfe ich das aber auch und versuche mich dann selber auch wieder zu deradikalisieren in den Gedanken. Und jetzt Hand aufs Herz. Habt ihr euch schon mal so richtig in einer anderen Person geirrt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao. IKK Klassik. Ihre Gesundheit. Unser Handwerk.